Das ist aus Schöne. Kaya, ich würde die Kaya. Für die Doppersen. Ich würde die Uhr schreien. Ich würde die Uhr schreien. Ich würde die Uhr schreien. Nachdem der Mittag. Ich schrecklich aus dem Frühstück, in der Kumsland. Hier ist es warm, der sind die Afrikke. Der ist nicht die Afrikke, aber die Afrikke ist immer wieder ein weiterer. Dominik Adija, representativac Gane, ist vor allem, mit dem Glückwunsch zu presentieren. Bitte, die letzten Fragen. First of all, I would like to thank the club management for welcoming me here. I feel great being in this club. I also know Partizan is one of the greatest in Serbia league now, and now they are doing their best in the league. I feel great to join them, and being 2009 world best player and world highest scorer, I think I should have continued to be at the highest teams. I've been going up there, but it's a little bit strange in my play, but for now I'm happy to join a club like Partizan, who is also doing good in the Serbian league. I feel great, and I thank everyone for this. English? English is good. I'm happy to be with you. I'm happy to be able to start the partizan, and know the position of the club in this moment. I feel good after this period of a short time. I thank management for allowing us to come to our club, and I feel that he was the best player in the league. And the player is a team of players for the World Cup. They are great, so they are positive. And now the player is a team of Teggeo. And now he is the team of Teggeo, what do you think about that? Teigo, Teigo, ich bitte. Man nennt sich Teigo. Das ist mein Name. Teigo, Teigo? Teigo. Wir haben ihn heute gefragt. Ich spreche mit den Menschen in Serbien. Aber mit Teigo, es wird mir sehr leicht. In meinem Sprachen und ich mich sehr gut in der Stadt und in der Klub. Das ist der Grund, dass die Partizan von Partizan immer mit dir sein konnte. Für mich als Spieler, ich wünsche mir das Klub in der Champions League, denn es ist immer schön für die Klub zu sein in der Champions League und für dich als Spieler, auch für einen guten Profil und eine gute Form in der Welt. Ich hoffe und ich glaube, dass Partizan in der Champions League sein wird. Ich glaube und ich glaube, dass es das passieren wird, auch wenn es das zu einem Klub bedeutet, aber auch für ihn, als Spieler, auch für ihn. Wie ist das? Die Frage war, ob es sich über die Real Estate ist? Nein, es war eine Frage für die Generalsekfter. Wie hat das gemacht? Was war die Idee von Italien zu Serbien, um das Faktum zu verabschieden, dass es schwer, dass es ein Klubs von Italien zu Serbien ist? But moving to Serbia, I think it's one of the greatest ideas for me, because in Italy I was finding it a little bit difficult with the language for my first time, and I had also not captured a place in AC Milan, and for me I think I needed a place where there will be much coordination in language and also understand myself where in the field of play, and I needed also to play for my career, so I think... There were two reasons that were determined. One was that the communication was not found in the Italian language, but also that he was not able to find himself on the ground in Milan. And here he is waiting for one or the other to be satisfied, and to be able to do as a player, and that, regardless of the ability of communication in English, he can adapt himself quickly. Can you tell us about your main qualities as a player? Yeah, I wouldn't say much of this. It depends on the field of play, but I'm sure with... For me, I just need to be a disciplined guy on the field of play, just to do my normal team, and what I used to do always, but I'm very fast, and I like to just join the group on the field of play and do my best. So, he sees himself as a collective player, and has the speed of speed, but, obviously, he expressed a lot of honesty and doesn't say anything more. that's the speed of speed, and then, the speed of speed, and I think that's the speed of speed. So, it's modest. Ich zeige euch mal. Ispred! In der Front. Okay, come on, got it.